Da war mal einer auf seinem Stück Land, der wollte einen Graben graben. Er hatte dafür eine ganze Woche Zeit, er würde sieben Tage haben. Und zwar Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Er dachte bis zum Ende ist es noch sehr weit, denn Montag wollte er ja beginnen. Und das Wochenende war nicht abzusehen und so beschloss er, sich erst mal zu besinnen. Sieben Tage hat die Woche, das ist doch eine lange Zeit. Von Montag bis Sonntag, das geht doch nicht so schnell vorbei. Ja, sieben Tage hat die Woche, das ist doch eine lange Zeit. Von Montag bis Sonntag, das geht doch nicht so schnell vorbei. Am Dienstag schien die Sonne hell und klar, weiße Wolken zogen durchs Blau. Er legte sich ins Heu, weil er so glücklich war. Sechs Tage noch, ich hoffe morgen ist der Himmel grau. Und zwar Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Am Mittwochabend sah er im Kalenderblatt, dass drei Tage schon vergangen waren. Da hast er sich erst mal so richtig satt, um Kräfte für den nächsten Tag zu haben. Ja, sieben Tage hat die Woche, das ist doch eine lange Zeit. Von Montag bis Sonntag, das geht doch nicht so schnell vorbei. Am Donnerstag tat ihm der Magen mächtig weh. Er hatte ihn sich schwer verdorben. Er blieb in seinem Bett und dachte nebenbei, vier Tage noch, ich grabe morgen. Und zwar Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Und am Freitag stellte er mit großer Freude fest, dass ihm schließlich noch drei Tage blieben. Das war ein Grund zum Feiern mit Kirschlikör. An die Arbeit dachte er dabei nicht mehr. Sieben Tage hat die Woche, das ist doch eine lange Zeit. Von Montag bis Sonntag, das geht doch nicht so schnell vorbei. Ja, sieben Tage hat die Woche, das ist doch eine lange Zeit. Von Montag bis Sonntag, das geht doch nicht so schnell vorbei. Am Samstagabend ist er schließlich aufgewacht, da war es draußen finstere Nacht. Und wer gräbt schon einen Graben in der Dunkelheit? Er dachte sich, mir bleibt ja noch ein Tag und zwar Sonntag. Am Sonntag endlich tat er dann den ersten Spatenstich, das reichte grad zu einem kleinen Loche. Und da sagte er sich, nein, nein, das lohnt sich nicht, dafür braucht man ja mindestens eine Woche. Sieben Tage hat die Woche, das ist doch eine lange Zeit. Von Montag bis Sonntag, das geht doch nicht so schnell vorbei. Ja, sieben Tage hat die Woche, das ist doch eine lange Zeit. Von Montag bis Sonntag, das geht doch nicht so schnell vorbei. Sieben Tage hat die Woche. Sieben Tage hat die Woche, das geht doch nicht so schnell vorbei.